Hallo, mein Name ist Axel Birk. Ich bin Anja Martina Birk, der Hade. Und wir sind die Beziehungscoaches und Experten eingeladen zu diesem wunderbaren Verlieben-Kongress. Ja, ich mit meiner Initiative Prinzenfrust unterstütze Single-Frauen und Single-Männer auf eine humorvolle und tiefgehende Weise. Und ich freue mich auf den Kongress und du wirst sicher einige Impulse mitnehmen, wenn du dabei bist.